Hallo, schön, dass ihr wieder da seid bei einem weiteren Teil meiner persönlichen Geschichte mit meiner Asura Unruhe stiften. Ihr seid hier bei BärTV gelandet, wie man immer an dem schönen Panda oben links erkennen kann. Unruhe stiften, frage ich mich so ein bisschen machen das die Asura nicht eh immer. Ja, super. Das war mal eine krasse PQ. Da hängen wir doch den nächsten Teil direkt noch an. Hilfe, wo wollen die, dass ich hingehe? Somit haben wir nicht nur eine PQ in diesem Video, nein, wir haben mindestens zwei. Ist mir egal, dass ich im Überlauf bin. Los geht's. Stufe 4 mittlerweile. Woah, geiler Ladescreen, hey. Okay. Okay. Nicht schlecht. Windet Valagolem. Okay, da hat wirklich irgendwas Unruhe gestiftet. Da drüben, schnell, taktischer Rückzug wäre jetzt eine gute Taktik. Ah! Ob ich da reinrennen möchte, wenn's heißt, Rückzug wäre jetzt eine gute Taktik. Ist natürlich überfraglich. Na, mir bleibt wohl nichts anderes über. Die Forscherin liegt auch noch hier. Und ne Laborassistent. Guten Tag. Lasst mich eure Haushaltsführung übernehmen. Lasst mich euch den Kopf gut abnehmen. Lasst mich euch den Kopf gut abnehmen. Lasst mich euch den Kopf gut abnehmen. Oh Gott, die Asura. Krasses Sache, der hält ganz schön was aus. Analysiere Raum. Soll ich die Korken knallen lassen? Soll ich die Korken knallen lassen? Soll ich die Korken knallen lassen? Staub entdeckt. Oh mein Gott. Ich will auch so eine Haushaltskole. Oh mein Gott. Autsch. Poliere Leber. Silber. Poliere Leber. Äh, Silber. Oh mein Gott. Es gibt wirklich mal kein cooleres Volk in einem Computerspiel als die Asura. Ah, Finger weg von mir. Schlag auf meinen Turm. Boom. Okay, abgestoppt ist. Die Korken sind knallen gelassen. Das ist grad wohl eher flambieren. Es ist angerichtet. Es ist angerichtet. Dieser Vala-Alkoholim basiert auf eurem Entwurf, ist aber radikal verändert worden. Man sucht den Grund heraus, wenn es geändert wurde. Die Steuerparameter sind alle falsch. Das Logik-Alkanum ist so verstellt, dass man es kaum wiedererkennt. Sonst noch was? Ja, anstelle von warmen Lagerbier und süßem Wein, so wird Vala nur noch kühles Pilz. Dagegen muss man sofort etwas tun. Diese Ausführung meines Golems ist psychopathisch. Das ist gar nicht gut. Wobei ich kühles Pilz gut finde. So, was auch immer die sich beraten, werde ich nicht rausfinden. Das war meiner Meinung nach die coolste Sache ever. Aber wir wollen das Präzisionsherz. Charaktere, cool, Geschichte, kann ich nicht. Schwierigkeit, in Ordnung. Gut, und mit diesem sehr lustigen PQ verabschiede ich mich dann mal wieder. Bis zum nächsten Mal bei BärTV. Schaut auf www.bärtv.de vorbei, wenn ihr nichts zu tun habt.